Das ist ja auch, ja? Ich weiß noch nicht, ob jetzt in der Beta das halt schon, sage ich jetzt mal. Ah, hier habe ich was. Fireteam, ein bis drei Spieler, kooperativ, matchmaking. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann sowas. Andere. Ja, ich lese jetzt auch gerade, dass es scheinbar jetzt zwei Quickplayer-Matches gibt. Also halt PvP und einmal wurde halt PvE. Ja, ich denke mal, wie gesagt, die Beta geht ja jetzt nur viert. Ja, genau, das würde es, denke ich, sein. Nee, nee, alles gut, ich muss morgen auch wieder, ich muss morgen auch wieder früh im Geschäft sein, weil Stefan hat ja zwei Wochen Urlaub. Der Flo hat heute noch Dirk gefragt. Er wollte wissen, was mit dir los ist. Ja, er wollte halt wissen, weil ihm das halt keiner erzählt hat. Ich habe einfach nur zu ihm gesagt, von wegen, so, hör, dass er das halt mit der Chefin klären soll, dass ich halt nicht weiß, ob ich das einfach weiter sagen darf oder nicht. Ja, die Chefin hat ja so einen Wink mit Zaunfall scheinbar ins ganze Geschäft gegeben. Also, die wissen alle schon, dass irgendwas nicht stimmt, aber was genau weiß halt jetzt so wirklich niemand, außer jetzt halt ich, klar, weil ich ihn ja kenne. Noch? Die Frage ist, habe ich nicht überhaupt ein Ding in Blizzard? Mal gucken, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh, was ist denn? Ah, ja. Ja, das bin ich. Moment, ich muss gerade an den Zaun im Spiel vielleicht noch ein bisschen. Ah, ja, hier. Ich muss U drücken, um beizudrücken. Hat er mir zu seiner Freundin Schluss gemacht, oder? So, bin ich denn jetzt eigentlich bei dir zu reden, oder? Ne, irgendwie... Ja, probier's vielleicht nochmal nicht. Ich geh einfach mal ins Hauptmenü. Ich habe nichts bekommen. Ah, doch da. Join Fireteam. Please wait. Ja, für mich? Die Mute-Taste. Die Mute-Taste doch, die kenn ich. Ja, genau. Das Kooperate. Simpli is starting a new... Wolle ich nicht lesen, was da steht. Was kann ich dir nicht sagen? Da gibt's keine Lobby, das heißt You have returned to orbit 6. September kommt's raus, das kommt erst im Oktober raus Achso Playstation kam ja, Playstation kommt früher raus, Playstation und X Die Konsolenversion ist die Beta ja auch schon lange rum Ah, jetzt geht's los Man, du hast ja ein anderes Schiff wie ich Ähm... Ja, gute Frage, ich weiß es noch Also meine Spezialfähigkeit ist, dass ich mit so einem komischen Schwert rumrenne Ich glaub 17. Oktober war's Eh, echt? Ist natürlich auch geil, wenn's früher rauskommt, ich hab mich schon geärgert, warum zu spät rauskommt Dural Ich bin jetzt nur mehr runterkommender Ich bin jetzt nur mehr runtergebrochen Ja wie viele? Das war der 24. Oktober, das wird ja mal später Ich muss mal den Sound ein bisschen leiser machen, das ist ja... Was besser so ist, Julius glaubt ne Ne, ich find das nicht vorteilhaft Wartet auf mich Danke, danke, dass du das auch sagst, dass die aussehen wie Hamster Guck Felix, hab doch gesagt, die sehen aus wie Hamster Ich hab vor allem zum Felix auch schon gesagt, dass die von weitem aussehen wie Hamster Ja das schnell ist, dass man die mit mehreren Leuten so flankieren kann Wie meinsch? Na Baulevel 20 Ich muss grad sagen, wie genau benutze ich denn das Ding? Wie zum Teufel kann man vor allem salutieren? Der hat grad worden salutiert Was? Ist das cool? Ist das cool? Du sollt auch wissen wie man das macht Hm Ja wow Au Du fuutze Er danzt Das kann ich Ich hab grad gedacht, scheiße, dass das nicht geht Gehen wir mal wieder Filly Du bist grad so in die Wand da so cool hochgelaufen Ich konnte einfach nur mit meinem Jetpack hochlatschen Ja du konntest aber auch so einen Doppelsprung in der Luft, gell? Dreifachsprung, ja, entschuldigung Wollte ich jetzt nicht runter Unterreduzieren, ja Es sieht aber schon richtig nice aus, also Grafik gefällt mir richtig gut Ja gut, soll's ja auch, aber Bungie, ich mein War damals schon mega neidisch, wo das erste Destiny rauskam und ich's nicht spielen konnte, weil ich nur einen PC hatte Das ist richtig, Felix war ich auch Ich hab's auch gerade gemerkt Ich hab's auch gerade gemerkt Ich hab's eben hinterher Hallo? Boaaah, Nooo! What? Nein! Okay, vorsichtig. Wo genau bin ich denn jetzt? Beziehungsweise wo genau seid ihr denn? Ah, da hinten seid... Alter Schwede, wie zum Teufel? Warum zum Teufel sind alle so schn... Wie bitte? Ja super, ihr seid Witzbold, so viel zum Thema erwartet auf mich. Ah, hi. Die haben... Die haben Karchs. Warum hab ich keine Autos? Und die haben welche. Gegner bei mir hier, die haben... Ja, bei mir sind Gegner und die haben... Die haben wie so Ghosts bei Halo. Falsch 1, ich will nicht haben. Falsch 1, ich will nicht haben. Ja, ich komm mir. Oh, ich wusste nicht, wie man boostet. Hm? Ich hatte gerade eben so ein komisches Fahrzeug. Ja, da seid ihr so durch so ein komisches Portal, gell? Ja... Ja, was wollt ihr, Falsch 1, eigentlich von mir? Ja... Du Arsch! Ja... Nein, der Felix. Ja, gerade sitzen wir so nächstes Mal, versuchst keine Abgezug zu nehmen. Ja... Also Felix, ich soll dir ausrichten, du hast recht. Ähm... Nee, ich glaub ihr beide kennen euch noch nicht. Du musst auch mal mitkommen zum Paintball, dann lernst du ihn kennen. Ja... Hm? Ja... 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 Jetzt kann man nicht respawnen oder wie? Oh, wir sind ins Licht. Ich denke, es gibt hier eine Metaphor. Was? Und ich mag es nicht. Was? Hmmm... Ja, ich hätte es meinen... Ja, da musst du deinen Jetpack kurz vorher aktivieren. Alter, die können sicher unsichtbar machen, die Wichse. Wie bitte? Versuch halt nichts, zum Beispiel aus selber. Mach dem überhaupt keinen Schaden auf die Entfernung, alter, mit der Waffe. Ja. Oh, eine Barriere. Dieses Land liebte Barriere. Zavala, ich denke, sie versuchen, die Red Legion zu entdecken. Ja, was ist das? 1.900. 82 hab ich gerade gemacht, mit dem einen Schuss. Also das war jetzt eigentlich nicht wenig. Ich hab's auch gerade gedacht, was bei den Viechern ist. Äh, ich sag's dir, wenn ich sie aktiviere, ich renne mit so'n komischen Schwert los. Was? Was ist da eine? Ah, okay, nice. Was, du bist gestorben? Nee, ich leb doch noch! Hier oben steht er aber. Achso, okay. Find mir der Sniper, nice. Ja, echt so, die Spartan-Sniper, nice. Ich hab's Gefühl, der Bug ist irgendwie ein bisschen fest. Der Revolver sieht auch richtig nice aus. Ich hab's nicht mehr auf die Entfernung. Ich hab's einfach gar keinen Schaden-Mut. Ich hab's nicht mehr auf die Entfernung. Nee. Nein, fließ mal nicht. Nnedi, Adding ist der đang mundial GO auf. Alles doch Association. Gut, wir müssen jetzt, denk' ich- Na gut, ich warte noch, bis das Spiel auf Deutsch kommt, irgendwie, ähm, Ich verstehe auch noch nicht so... Oh, wär schon mal uncool Oh, pfff, alles klar Das ist halt echt so, Hauptsache wir sind durchgekommen, ne? Cool, das Ding macht uns gar nix, es ist einfach nur ein... ...so ne Art Müllpott Okay, es schießt auf uns Ja, wir können die Teilen nicht kaputt machen bevor die hochschießen, das ist wohl die Munitionsverbeugung A Fulbert, tell you... ...what is that to you, who have slain God's in the heart of the black God? ...what is that to me? Julius, da steht ein Sniper, kümmere dich um die Crash 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 tot Okay Alter, 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 alter... Uuuuh, der Sniper Ey, ich hab dich auch wiederbelebt, Julius Was? Ob du das gemerkt hast Ja, ne, er lebt Ja, noch 10 Sekunden Wunder Ja Ich hab dich auch wiederbelebt, oder? Ja Nice Guck, das ist Schmeieröl, die Julius Das ist cool mit dem Schwert, kannst du halt so... ...n bisschen upragen ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß auch nicht warum, um ehrlich zu sein. Das sind irgendwie... Der Schaden ist immens. Können wir austeilen? Ja ok, klar, natürlich wollte ich gerade sagen, wir fangen da halt in der Story halt mit Level 1 an. Hoffentlich, das wäre langweilig, wenn das... Was für Munition brauchst du für die Sniper? Was für die Sniper? Die Sniper sind okay. Ja. Was sind die Metskulls? Was sind die Metskulls? Hm... Alter! Was sind die Metskulls? Das war's. Also ich muss echt zugeben, ich hab für meine Ding-für... Das wäre so, wie ich hier bin. Ja, das war nice Schallt scheiße wenn die ganze Zeit keine Munition hast War glaube ich auch so ein Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt in dem Spiel Sniper sein wollte Ja, das stimmt Beziehungsweise auch alles dabei haben Wollt grad sagen, es muss jetzt erstmal reinkommen in das Spiel Spielt schon AD Carry, okay Nee, Julius, das wäre das erste Mal, dass irgendjemand AD Carry spielt außer ich Oh nein, ich mag das nicht ein bisschen Ich hab's auch gerade gedacht, Alter, das sieht nice aus Ah ja, keine Näh Das stimmt Das stimmt Dank Gott, ich bereue mir das mal Uuuuh Ey Ey Alter, was für ne krasse Ebene grad Wie bitte? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt irgendwie behauptet, dass wir auf dem Bagat aufbissen Investigate the bit Ja ne, da drauf sind ja auch nochmal so kleine Vielleicht müssen wir runter? Ich hab keine Ahnung grad Aha Ich hab's gesehen Ich warte noch bis Ja, ich warte noch bis der eine durch ist Wenn ihr grad sein könnt Ich hab's gesehen Ah ja, tatsächlich Eiserdreiser, sauberle Er hat keine Waffen daran Ich bin gerade nicht so sicher, ob ich da rein springen will, aber ich denke mal, ich muss es Oh! Hi! Das ist wohl so ein Endding Was heißt deine komplette Muni? Vielleicht hast du denn 4 Schuss? Achso, Ulti, ich habe Muni verstanden Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ufff Ufff Uh hey What's happening to the floor? HALTER WTF Ufff Alter, alter, alter Alter Was is with him los? Oh nice Alter, warum, warum bleiben die hinter dem Schild, warum könnt ihr, kannst du dich hinter dem Schild verstecken, Julius? Ah, du auch nicht okay, also geht es nur für den, der es gestellt hat. Alter. Was ist passiert? Alter, wie viele Gegner sind denn das gerade? Echt so. Alles mit dem PvP finde ich, glaube ich, später auch cool. Ja, echt so. Oh. Ach. Alter, jetzt rennen da. Bei mir stehen auch noch Bösen. Ja. Ach. Ach. Oh, was los? 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 Alter... Ist das hart? Ach so, aber jetzt kommt es bei dem Ding bei dem Teamfight wieder direkt... Hart, Alter? Der hat uns jetzt echt alle gefegt? Ja, klar waren alle tot, ich würde es jetzt nicht von vorne anfangen Ich würde es jetzt nicht von vorne anfangen Ja, du meine Güte, das ist das erste Mal, dass ich erst den ich spiele Das macht ja nichts Fällt mir gerade aus schwer zwei Leuten zuzuhören Ja, ja, ja genau dich meine ich Ey... Gehst du mal wieder, Dicke? Alter... Ähm... Dir am besten nicht so nah an ihn Ne, der hat mich gerade eben von der Map runter getrampelt Komm Julius, das machst du Meins, wie lange hast du noch? Ach so, ja, ne, spiel du einfach nochmal weiter Ja, echt, gell? Da musst du mit der Agro extrem aufpassen sonst Was ist doch relativ schnell Was ist doch relativ schnell Ich war eigentlich nicht gesegnet Oh, hallo! Das ist bei mir aus Oh... Fuck Fuck Nicht so Hm... Warte, ja, ich bin der letzte der noch Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch jetzt wieder beleben kann, die ist sehr, sehr gering Außer... JA! Ja, hallo! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja Ja, 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 ich habe einen wieder überlebt Aigos, der hat also aufge Sellektion In der Moment was ich hab meinen, all zu ver- Doch, ich kann dann so ein Ding auf den Boden machen und dann werde ich dringlich gehealt Ja Ich weiß nicht ob ihr da drin augegehealt werdet, ich weiß es gar nicht, das muss ich gleich mal ausprobieren Ich hab eigentlich die meisten Probleme, dass es mich immer fast von der Map runter haut, wenn der das macht Was haben sie dir? Ah ne ich bin ja schon bei dir Wo bist du? Wo bist du? Ähm Bei uns ist der Revive jetzt auf der anderen Ebene Ja du kannst ja eh gleich respearen, was gerade sagen Ich hab's nur gerade gedacht, okay das ist so död Ich glaub das ist schlimm wenn ich das Dauerfeuer draufhau Ich geh das Dauerfeuer wenn ich auf den draufhau, weil ich mach dem irgendwie echt viele Karten Alter Viel Schaden Okay das bringt Okay das bringt Alter A fuck is happening 1.800 Meter Sniper krass 1.800 Meter Sniper krass 1.800 Meter 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 Ich habe noch 15, aber der müsste eigentlich gleich wieder da sein. Ah, er ist wieder da, perfekt. Voll leck, Alter, was ein Timing. Uuuuuhh. Weißer Schmidt. Was ist Ihr Assessant von diesem Inzidenz? Ich habe noch eine andere Ulti, wie cool. Wie bitte? Äh, drück F1, dann hast du dein Inventar. Ah ja, ein Gürtel haben wir bekommen. Was? Der Raid hat mir jetzt auch echt Spaß gemacht. Ja gut, wie gesagt, das ist die Beta, Julius. Ja, ist schon richtig. Das könnte man schon Demo nennen. Vor allem, weil halt der Release so nah voran steht. Ja, wenn ich mir überlege, Alter, White Lens die Beta habe ich, glaube ich, drei Tage gespielt. Ja. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also, wenn wir da noch einen Jules für begeistern. Können, glaube ich, echt Fun machen. Das könnte einfach so ein Spiel sein, was auch ein bisschen zeitloser ist wie jetzt LOL, weißt? Einfach mal wieder ein bisschen draufrotzen. Und dann. Ah ja, gut. Dann. Hätte ich es mal dabei. Bleibe lassen. Hast du eine neue Knarre bekommen? Na. Ah ja, tatsächlich. Move faster with this weapon. Ne, noch nicht. Ach, nice. Da kann man die Ulti ja auch noch upgraden. Ist das cool. Ja, das stimmt. Wollte grad sagen, das ist...